und egal die mir von oben durch wir sorgen eine Runde höchst sorgt den Essen wie es mal eine Runde werden wort gibt es denn heute fein essen ich habe doch hier genug 43 Brot warum muss ich auch nicht mehr Fleisch essen ist ja auch irgendwann mal ungesund so, äh, ok so, und dann können ja, hier kommt hier noch Gold rein was wollte ich denn jetzt machen? ähm, das Glas verarbeiten aber nicht alles nicht alles bevor ich nachher wie rumheule, dass ich nichts habe zack ja, das ist erstmal genug zack, zack äh, weil ich muss das mal umsortieren hier äh, 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 das kommt dahin äh, das, äh, das kommt dahin nee, das ist eins das kommt dahin äh, äh ja die esse ich gleich äh zu viel, es darf auf einmal äh, äh, muss ich noch warten, bis das hier gekocht ist so, warte, ich könnte noch nicht schlafen gehen das war auch schon wieder Ewigkeiten hier bevor es gleich hier hell wird ähm, zack, zack, zack easy going eine Fritz-Cola am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen ja, das ist mein Motto so, jetzt muss ich jetzt mal den ganzen unnötigen Stuff noch ablegen und zwar die ganzen Pfeile, die ich hab ich muss mal in die Pfeilkiste machen ja ich mein so, da ich ja so viele Pfeile bekomme hier müsste ich meine Pfeilkiste machen genau ich glaub, das lass ich nie mehr ich glaub, das lass ich nie mehr es darf es darf da ich auch so viele volle Kisten habe ist eine Pfeilkiste extrem sinnvoll oh, mir mal nie ich glaub, hier kommen die ganzen Waffen rein machen wir so oh, bogen, bogen bogen bogen, bogen bogen äh machbar eigentlich Pfeile mit Federn und irgendwas, ne oh, hier Kummer hier noch Glas das sind die unendlichkeit so schön ist den wieder perfekt an die sieht wieder um da wir haben wir auch das weisen könnten wegpacken sagte er und rennt vorbei an den steinen um seinen stein weg die kiste packt er wieder weg weil ich habe drei jahren auch manchmal gekostet ok 61 jetzt mal rein daraus mache ich bald wieder ein paar blocks weil ich so ein eisenkohlum habe ja das dauert noch ok eigentlich wollte ich nur essen holen damit ich halte juli kann aber sie ich kann man noch ein paar spitzhacken machen das heißt warum habe ich das eisen weggepackt für nichts und sechs stück die sie nehme ich nämlich gerne nehme ich gerne nämlich viel so dann muss ich aber das ganze glas irgendwie loswerden ich glaube die kiste nicht wirklich mit das gold müsste jetzt fertig sein und der eisen rein muss sagen nee perfekt das glas mich für unten mit da ich da ja die kiste mich für unten mit euch da das glas braucht so rum hier guck mal da und da denn dieser flinstein brauche ich halt diese stürger nicht mehr das glas glas und die kohle ist eigentlich mega unnötig dass ich so viel da meine ich jetzt können wir fahren jetzt haben wir eine runde jetzt haben wir definitiv eine runde ich fülle mich schon drauf warte die sind auch gleich hin das finde ich so ganz so super mitnehmen müssen wir nicht ich brauche den platz das geht's ok 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 ich habe nur eine kiste ich habe nicht geschwindigkeit Habe ich die Geschwindigkeit verloren? Okay. Ey, Klo, ich... Okay, du nicht. Du kannst hier gestohlen bleiben. So, dann haben wir hier die Kiste, würde ich sagen. Und dann können wir hier unsere ganzen Staff erst mal anlassen. So. Scheiß, mir mal kurz auf die Sortierung, würde ich sagen. Okay, das tut... Okay, Augencrebs. Ja, Entschuldigung. Einen Augencrebs, ey, tut mir leid. Das kann ich selber nicht verantworten. So. Ja, gut. So geht's schon besser. Dann haben wir hier hinten meine andere Kiste. Ach, ein bisschen habe ich ja noch drin. Ich hatte schon Angst. So, und los geht's. Aber wo geht's los? Ähm... Hier, oder? Hier, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich konnte Profi hier. Ich holze alles in klein und nieder. Dabei ist mir egal, was für Viecher hier rumlaufen. Ja, hm, das war ein Lied. Arschloch. Arschloch von ihrem Haus. So, erstmal, wir müssen ein bisschen eisen. Ich hab davon ja noch nicht genug. Oh, ja, okay. Sieht ja, Spür anscheinend genauso. Ich hab' keine Pizza. Das Schlimmste ist eigentlich, brauche ich ja, Kohle auch noch. Für die Mengen, die ich ja noch verbrennen muss, Alter. Komm, wie gesagt, allgemein der Weg. Der... Was denn das? Ich will doch nicht runter. Oh, Gott. Du kannst mich nicht zwingen, da runter zu gehen. Oh, ja, okay, die aber schon. Ähm, so. Ach, wie nice, dass niemand weiß, dass ich ein bisschen Eis brauche. Das gibt's an der Erde. Das ist ja wohl manchmal echt übertrieben, finde ich. Ich mein, von Anfangs nicht schuldig, oder? Wenn man bedenkt, ist man zum Schluss eh eigentlich nur noch Kohle. Also, was heißt Kohle? Kohle brauchst du auf jeden Fall, aber wenn du so eine Baumfarm hast, hast du ja Kohle für immer. Weil die wächst ja nach. Versteht ihr? Darum heißt es nachwachsender Rohstoff. Ich bin schlau. Grinst. Wie gesagt, also an Kohle... Kohle brauche ich ja gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Gerade wegen meiner Baumfarm. Und Eisen finde ich jetzt... Ach, schon wieder? Schon wieder? Ach, was soll's. Warum beschwere ich mich überhaupt? Einfach machen... Und machen lassen. Ah, es wuppt. Okay. Oh, oh, oh. Ich hab meine gestorben. Nice. Also, also Gold, darüber freue ich mich. Das brauche ich. Vielleicht noch ein bisschen Diamanten, aber denn... So, hier ist nichts. Da ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Ich kann nicht mehr übersehen. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ja, da gehen wir nachher noch runter. Ist hier oben noch was? Weißt du, drüben schon? Ja, muss ich ja, oder? Ja, hier waren die Pülze. Die kamen hier so rüber. Denn ist da nichts. Aber da unten... Ist das Glicone rum? Okay. Strange. So. Dann gehen wir hier noch ein Rundchen rein. Keine Fackeln mehr. Oh, 0,64. Okay. Okay. Danke. Ich will dir doch. Trau dich. Danke. Spare ich mir jetzt abbauen. Wieso waren da gleich zwei, Alter? Creeper hassen mich. Creeper hassen mich richtig. Hä? Hab ich gerade nur hingehört? Ich ahne Schlimmes. Ich ahne sehr Schlimmes. Hä? Okay. Die Geräusche sind auch strange. Oh, ne. Nicht mit mir. Ich wusste doch, hier war irgendwas. Ganz ehrlich. Nicht mit mir. Also wenn ihr diese Folge seht, dann schaltet nochmal an 500 Folgen weiter und dann schreibt unter dieser Folge genau so, Alter, wie schlecht warst du damals? Wie gut bist du heute? Hoffe ich. Das ist ein Unterschied. Oh, Lapislazuli. Ja, geil. Ich wollte es an, dass das Grün ist. Creeper? Aber nein, das ist eine Blume. Also schlimmer als ein Creeper. Ja, nice. So. Warte, hier wollte ich auch noch hin. Jetzt hab ich das Gefühl auch, dass, wie gesagt, dass mir die ganzen Fackeln wieder ausgehen. 54. Mir fehlt immer irgendwas. Ich bin total planungstechnisch und ein Wrack. Okay. Da geh ich gleich runter. Weil hier nehm ich noch Eisen ist. Ich hab mal Angst, gegen sowas zu kämpfen. Na, du Feigling? Sag dir und bohrt dich ein. Hey. Jetzt kommt die Superstrategie. Hey, du Schisse. Na, was los, ne? Was los? Komm her. Komm her. Wenn du Stress willst, komm her. Ist da noch einer? Ja, ne? Was kann? Das ist meine Hülle. Meine Hülle. Ach, der hat doch die Geräusche hier gemacht. Kennt das? Ja. Hat er. Zeit für Eisen. So, ja, das war ein spannender Kampf hier. Oh ja, genau. Das war mal wieder ein spannender Kampf. Finde ich echt gut. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Hoi, hoi, hoi. Und hier wären wir wieder. Das finde ich super. Können wir nämlich jetzt runtergehen. Einmal im Kreis gelaufen. Und ich glaube, hier wollte ich... Was hier? Ja, hier war's. Zack, zack. Aber wann kriege ich... Wann kriege ich denn die Endepelden von dem Scheiß? Oder Ende Augen? Muss ich da... Muss ich ihn mit irgendwas Bestimmt besiegen? Da muss ich mich nochmal informieren. Das kriege ich auch alleine raus. Ich bin schon groß. Glaub ich. Hashtag vielleicht. Oh! Das war aber gezielt zu laufen. Ja, mein realen Nachtsichtblick hat das halt... Möglich. So. Gut, dann hätten wir das. Da haben wir auch noch was. Einmal Kohle. Und mit einem mal meine ich 20 mal. Ja, moin. Immer gib ihn. Und weiter. Alter, ich bin zurück. Man kann's auch übertreiben. Ja, geil. So, so. Und da hinten war auch noch Kohle, was ich gesehen habe. Hier. Ja, genau. Genauso. Und nicht anders. Ist da auch noch was? Nö. Dann ist nichts. Also gehört die Kohle mir. Nur mir allein. Mir. So. Guck mal da oben. Ist auch noch Kohle, Alter. Ey, ich werd verrückt. Ist hier noch was besonderes? Nee, ne? Ja, gut. Ja, denn kann ich auch eigentlich... Warum rede ich überhaupt? Alter, guck an. Viel... Boah, das ist doch nicht mehr schön. So komm ich doch nicht voran. Der ist tot verbrennen. Also so Verbrennung tot. Ey, komm. schon Level 42, Alter. Level 42! War der Gold? Nee, Eisen. Leider nur Eisen. Och. Nee, dämmen würde ich's nicht. So ist gut. Ja. Und weiter geht's mit Kohle. Aber so wenig davon. So, so, so. Ich glaub ich werde unterwegs eh noch tausende Höhlen sehen. Wenn ich mir den Gang so lang vorstelle, wie ich's mir denke, dass ich's ihm vorstelle. Hey, Redstone! Okay. Hab ich ja gar nicht gesehen. Warte, war's nicht eigentlich immer so, dass du in der Nähe von Redstone Diamanten warst? Oder war das ein Mythos? Den ich mir selbst ausgedacht habe. Das finden wir da hier raus. Zusammen. Sit ja mal in! Danke бар Start! Komm. Wir sind jetzt auf Psalm 찾아 semaine. Untertitelung des ZDF, 2020